Was gewinnt Alle zwei Kongs hier Wenn die hier pushen, ne, dann bleibt da nur ein Kong stehen Wenn's geht noch, sonst bleibt natürlich beide stehen Dann verzieht sich hier hinten in diese Alldown-Position Nur so wie dieser WZ, der hier steht, du verpissst dich, wenn die in den Push kommt Du bleibst da nicht stehen, dann kommst du nicht weg mehr Du musst einfach wegfahren, was weiß ich, nach hier oder so, oder nach hier Magst du links? Ja, ich fahr links Genau, das gleiche gilt natürlich für den Light, ne, sobald du da irgendwas pushen siehst, haust du ab Jawohl, mein Feldkommandant Mhm Und nicht am Stein stehen Oh, jetzt jetzt mal die Fritze Das Trap-Ding geht nicht auf Halt's Maul So brauchst du das jetzt Das Gefecht läuft schon in 20 Sekunden, du Idiot Er ist immer noch nicht drin wahrscheinlich Ist einer drin, ich glaub ich hab ihn drin getroffen Ja, wir sind hier oben auf dem Plateau Ah gut, für Info Verwirrt Strittwagen, ne, sind Schüsse da Ja Oh, hier kommt, hier kommt schon, der ist 907 Okay Links oder rechts vom Stein Äh, rechts Maus, mach mal ein bisschen aggressiveren Spot Jawohl Aggressiver Spot Ging durch Die 100 fliegt nicht mehr da drin Die 100 fliegt nicht mehr da drin Ich bin eben grad nicht mehr aufgegangen, ich glaub der hat kassiert Ist weggefahren Ich bin hier nicht, bin hier nicht, bin hier nicht aufgegangen Ich bin hier nicht, bin hier nicht aufgegangen Da leg du dich doch schon mal weg Ja Ja Ja, 907 Artis haltet hier rein Ja, 907 Sorry, Artis Ja Chris, pass auf, wir bleiben hier oben rein Der Konk hier Warum bist du da? Du bleibst hier oben Keinen Grund da unten reinzufahren Ja, ich bin Irgendwie aufgegangen, fuck Ah, hab ich ein bisschen gepennt, dass ich direkt wegfahren sollen Wurde den Spot so lange halten wie möglich Beim Vorraten hier Dort vorkälen Ach, macht den Fehler, traut sich nicht Aber die machen halt von beiden Seiten, ne Ich steh, ich bin Ich muss ja im 907 jetzt wegfahren wegen den Bintests dort Artis kriegt ihr das 907 raus, weil sonst kriegt der mich for free raus. Probierst du nicht für eine. Die hauen schon wieder ab, ne? Ja, die machen hier lang. Alperm-Track jetzt. Richtig, kalt, Pika. Ah, du Sau. Ich für eine. 907 saßt ihr, ja? Okay. Ja, das ist random 81 HP. Der nimmt mich jetzt... Ich brauche noch 20 Sekunden. Jetzt habe ich ihn selbst. Jetzt habe ich ihn selbst. Deckt mich hier gerade, wie ich die Artis beteilige. Das hier könnt ihr mit den Kongs angehen. Die sind eigentlich relativ am Arsch. Hier passiert gar nichts, das heißt mit der Artis noch mal hier reinhalten. Über Tradenstraße, lass es nicht rausgehen. Da ist der Leid übrigens. Timme, wollen wir links fahren? Erreicht. Ja, lass die wir links fahren, würde ich sagen, oder? Die hauen hier komplett ab. Oder über den Berg einfach. Der WZ kommt ja nicht mehr weg. Dann werden wir getrackt. Kriegst du die T100 noch mal auf? Cobra, nicht unbedingt du vorfahren. Aber bei mir bouncen sie noch mehr, deswegen. Ja, da kannst du aber nicht mehr drauf spekulieren, ne? Ja, das habe ich, ja. Müllwurm ist noch komplett voll, da kann man von der Seite was machen. Ja, ich brauche ja von hinten ran. Braucht du dir Hilfe, dann kann ich da noch hinfahren. Ah, ne, ich gucke das. Hallo. Haben die keine Arti? Die haben keine Arti, ne? Nein. So, ich weiß es nicht, nein. So, wir müssen das jetzt eigentlich auch nicht... Die Länge ziehen? So, kaputt machen, ne? BZ unten hat 6 AP. Ja, ne, da mit den BZs, ne? Nee, wir müssen das jetzt nicht hart pushen, weil wir haben Zeit. Wir haben drei Artis. Ah, guck mal, die rotieren hier rüber. Ich will nicht, dass ihr euch jetzt wastet. Der war 8 zu 0. Ich will, dass wir einfach die scheiß Arti wirken lassen. Ha, alle drei Artis. So, die Mission. Mayhem, ich kann den Cross-Up spawnen. Ja. Oh, die rotieren hier alle rüber. Ja, die machen jetzt wieder einen Counter-Push auf der anderen Seite. Ja, ja, die Countern alles. Counter-Push, das Counter-Push. Die Counter-Pushen auch noch mit einem Heavy. Welche Arti nimmt den 100er? Ich nicht. Ich hab dann drei Sekunden. Ich schieße in die vollen. Kriegen wir es zu 0 hin? Einer der beiden hier ist bestimmt noch verreckt, oder? Er hat, er hat, er hat, die werden jetzt auch noch reinfahren. Es sind nur noch drei. Egal. Schnell, ins Cap, Mann. Prüfung, bring den Spot. Die fahren jetzt hart rein, oder? Ich meinte, die können sich auch nicht entscheiden, oder? Die sind verwirrt. Die wollen sich da aufstellen zum Sterben, dort. Nein. Ei, ei, ei. Obra, das ist ein Clan-Kick. Was die Ansage als Weltkommandaten ignoriert. Leute, mach's doch selbst. Ratte. Er schießt nicht da. Er muss noch in die Menge klicken, ich bin Arti-Fahrer. Hab geklickt, Vorsicht. Vorsicht. Hallo, lass mich durch, Mann. Alter, wie er gefieldet. Ich wollte auch noch grad Asum gehen. Ich war schneller. Ich wollte Asum erstmal nur tracken, dass er nicht mitfarben kann. Ich wollte Asum erlösen. Halleluja. 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 Lächstes? Welches? Muss sein, dass du nicht dabei warst. Ja, das war dann wahrscheinlich auch wieder irgendein random OM-Team. Hier ging es so. Ja, Tanky war drin. Ja, das sagst du ja schon alles. Solange Milbum hier dabei ist, ist das hier auch nur so ein random OM-Team. Ne, ne, ich sorge für den Skill. Ah, das ist das Milbum-Team. Das ist das Twitch-Team. Da steht ein Scout in der Mitte. Ich glaub links vom Stein. Äh, hier stehen welche. Ihr könnt da blinden. Ich glaub, die kommen mit dem 260-Push. Okay, hau ab. Wenn er weiterfährt, hau ab. Ah, die steht hier. Mach dir wieder Blindshots, ja. Wie immer. Was ich tank, die schießen hier blind hin. Ja. Hier am Stein steht, was? Moin, Corpse. Wow, schöner Schuss. Nochmal getroffen. Auch die Kongs und so, ne? Alles Blindshotten. Das, die übrlichen Positionen halt. Überall, wo ihr reinhalten könnt, halt ihr die rein. Der TR-100 hat sich gerade zurückgezogen in der Mitte. Ich geh nicht mehr auf. Man kann auch links von dem Stein stehen, ne? Bei dem TR-100. Ich hab die ganze Zeit links reingeschossen. Ich glaub, ich hab ihn getroffen. Er steht noch immer nicht drin. Artis schön hier reinfappen. Der links vom Stein ist weg. Wurde du gesehen, Maus? Oder warst du unspottet? Ich bin unspottet. Okay, nice. Die hämmern jetzt hier meine ganzen Büsche ab, aber... Alles Celo. Der F2 hat sich verpiss. Dann fapp doch mal mit der Arti neben den Stein bei A8. Könnte auch was drin sein. Der Scout in der Mitte ist, glaub ich, weg. Ich hab mehrmals geschossen, bin ich aufgegangen. Hm. Vielleicht nochmal die... Gucken, ob ich die 260er nochmal finde. Ja, ich... Ich brauch noch 10. I'm ready. Arti hat... Noch eine Arti. Steht hier hinten. Aber die haben mindestens zwei. Ah, die 260er haben die Schnauze voll. Was ist hier mit der Posi? Ich krieg das nächstes. Ich schau, der in der Mitte ist wieder da. Okay. Ein Job für den Stritzwagen eigentlich. Beziehungsweise eigentlich, wenn er auf der Auffahrt steht an dem... Und immer nur mal ab und zu einen... Wahrscheinlich wird er so machen. Er fährt vor. Kurz, fährt wieder zurück. Fährt vor, kurz zurück. Das heißt, wenn man da Arti genau hinter den Stein fappt, kann man ihn vielleicht treffen. Okay, da kommt was. Zwei Gegner Artis haben. Den hier. Kommt einiges. 9 und 7 aus der Mitte, verlegen hier rüber. 1. Machst du das, Max? Weil ich halt dann den Mittelspot. Nice. Wir haben einen Light Tank, der war nicht geschossen. Der steht hier an dem Stein wirklich links von dem... Du bleibst, bro. Hober, fahr zurück. Nein, geht nicht, ich bin ein Double-Track. Arter ist hier hinten. Immer war gut gefressen dafür. Ja. Nice. Sollen wir sie mir zurückcrossen vielleicht? Schon nicht. Fährt da hoch. 260er sind verkiert. Sollen die Erstkons was machen? Weiß nicht, ob wir den gleich repushen können. Den kriegt halt auch die Arti in die Fresse, ne? Ich könnte mal an den Rand fahren, dann mach ich den auf. Wir haben wir nur supporten. Ich bin drauf, so weit es geht. Ich glaube, die hauen jetzt wieder ab, oder? Also die zwei kommen halt nicht mehr weg, die auf der Seite stehen. Kommt ihr, kriegt ihr das 260 hier hinten rein? Ja, ist zu weit weg. Wenn ihr jetzt unspottet seid, für Mediums, könnt ihr vielleicht hier rumfahren und dann den angehen von außen. Soll ich mitkommen? Aber solange, ey, solange hier nichts passiert, einfach... Ja, er trifft mich natürlich auf der Auffahrt. Klar. Na, kommst. Können halt mit den Artis extrem skript. Amgad. Ja, wenn die sich verpissen da, weil ich sie spotte, dann könnt ihr die hinterher angehen, weil die sind immer noch da. Theoretisch kann Max meinen Bug da nutzen, nach vorne, wenn ich spotten. Ja, der ist getrackt, der K10O. Scout könnte halt vorne stehen. Eben, dann noch abmehren, na. Nee, der steht hier. Ja, eben, wir haben uns offen, wir hätten dann nicht reinfahren dürfen. Ja, nicht komplett rein. Ah, nein. Bleib dir beide Leute spät, ey. Verzieht euch raus noch. Halt eure Kanonen live. Ich bin offen. Bleib in der Mitte. Und bewegt mich, dass ich das so... Können die Artis hier oben blind reinhalten? War nicht gut, dass hier nicht fahren. Da, wo ist denn jetzt? Welche Seite zuerst? Ne, ne, bleibt durch. Hier sind die One-Shots. Die können die Kanonen rauskriegen. Okay. Das 907 da, das kann ja wohl mal irgendwie jetzt platzen, oder nicht? Schade. Ich stehe halt auch noch hinter dem Busch. Wie sieht es mit dem Leid in der Mitte aus? Ich teste, ob er noch da ist. Der wird immer noch an dem Stadion stehen. Ah, voll. Okay, da kommt Heavy durch die Mitte. Leid in der Mitte ist nicht mehr da. Okay. Heavy sollte ich permanent aufhaben. Okay, dann picke ich da nicht. Ey, ich habe ihn noch nicht permanent auf. GG. Ja, wenn ihr ein bisschen rankommt, dieser Typ, ja genau. Der Typ piekt da die ganze Zeit rüber, wie blöd. Er haut wieder ab, ne? Kriegen wir die anderen beiden Artis auch noch da rein? Maus, der da. Ist der auf dem Gleis drauf oder drunter? Der steht manchmal drauf, aber meistens hinter. Letzter Schuss ging, glaube ich, daneben. Ich bin gerade mit dem S-Kunk hier hinten aufgegangen. Also das heißt, ich habe ein Leid, irgendwo in dem Bereich hier zu stehen, denke ich mal. Es steht noch einer hier in dem Busch. Ah, der war zu weit weg, glaube ich. Nochmal hier bitte rein blinden. Ich bin aufgegangen, als ich hier auf ihn geschossen habe in den 260er. Oder da. Ja, dahinter könnte auch einer sein. Ich glaube nicht, dass er da steht, weil ich bin... Ja, der ist dahinter, der ist dahinter, der ist dahinter. Okay. In der Mitte? Links oder rechts von den Büschen, keine Ahnung. Schwer zu sagen. Ich hau da hinter. Wie ist hier hin? Schuss ging durch, der man geschossen hat. Also er ist nicht rechts außen. Kann der, glaube ich, nicht stehen, sonst wäre ich die ganze Zeit... Na, das glaube ich auch nicht, dass da... Hinter diesem Stein muss da einer sein. Könnt ihr von hier... Könnt ihr von hier eventuell mal... Gucken, dass du dahinter ballert? Also schießt er schon die ganze Zeit hinter. Wenn du willst, könnte ich mit dem 907 nach da fahren, dann könnte ich... Könnte halt auch einfach irgendwo auf dem Feld in der Buschreihe stehen. Keine Ahnung. Also hier ist ja auch noch einer. Aber ich weiß nicht, wie er da ans Potenzett hinkommen soll. Weil... Wenn hier... Kannst du die GCs... Kannst du die GCs nicht jetzt hier runterziehen oder da, dass sie hier hochfeuern können? Kann da hinschießen. Geh hier auf. In der Mitte ist noch ein Light. In der Mitte ist noch ein Light. Hier. Wir müssen da gleich irgendwen ran schicken, dass wir den Spot da drauf kriegen und dann Artys sofort... Ich kann auch einen Run von hier machen, das ist kein Problem. Soll ich das machen? Ich glaube, von rechts ein Schuss ist hängen geblieben bei dem Stein hier. Ich weiß aber nicht, wer da geschossen hat. Gegner Artys hat gerade jetzt einen guten Zeitpunkt. Der steht vor diesem umgefallenen Baum. Also zu deren Base hin. Ich würde da gerne hier einen Spot haben. Run und katsch. Ja. Okay. Ich glaube, er ist richtig an wegen dem Scout. Ja. Er muss zurücksetzen. Schade. Da hinten stehen sie alle. Fuck, Artys war gut gewesen. Artys ist offen. Ich habe gerade geschossen. Ja, die einen... Die GCs, ihr könnt euch schon mal ein bisschen weiter verlegen, nachdem ihr jetzt geschossen habt, ne? Ich klicke erstmal hier rechts hoch, ob ich den Scout schon aufkriege. Ganz oben im Bus steht auch einer drin, ne? Bei A3. Also... Bitte hier nochmal blinden, wenn es geht, mit den Congs hier. Ich habe bis dahin weiter vor. Nach Milano. Also... Ah, das ist spannend. Ich kann da gerne schießen, oder? Weiß nicht, die Artys sollte eigentlich dahin erheben, vorher. Sollte Milano aber haben, oder? Nein, ich will eigentlich... Ich klicke gerade jetzt von 60 mit der Artys noch. War gut, dass du das gemacht hast. Okay, jetzt bitte nochmal hierbleiben. Ich fahre dann über das Feld vor. Zweite Artys hat. Wir stehen beide da. Wir haben noch fünf Minuten, drei Artys, alles easy. Ich werde jetzt gleich die Artys sehen, wenn ich hier einen Run mache über die Dings. Mal gucken. Ich habe noch 17, 16. Ich habe noch 20. Ich bin bereit. Ich bin auch noch nicht offen, deswegen. Da ist eine. Und Feuer. Betreffend, oder? Ah, zu spät. Wir haben da noch irgendwas von 390 Alpha. Stehen alle hinter der Schiene. Konkst in der Mitte hier an die Halldown ran. 260 oben, Arz, und pass auf. 260 habe ich dauerhaft. Der steht hinterm Stein, der ist safe. Der ist safe. Ah! Guck mal. Hier hinten ist der ganze Pult. Aha. Ich glaube, das steht noch ein 1305 oben drin. Support. Support. Ja, versuch irgendwie hinter den Stein zu kommen, dass die dich peaken müssen, dann können wir auf die schießen, Arz. Also, wir sind hier hinter dem Stein. Maus, da kommen wieder Blindschüsse zu dir. Ja, da kommen immer Blindschüsse zu mir. Ich bin aber auf dem Weg, wir können das 260 gleich peaken. Nice. Bremst. Alter. Jawoll. Junge, was ein Feuerball. Hier, hier, hier. Klickeree aus. Die 4-5 Wandshots raus. Ja, die Kongs sind gleich richtig die 260 peaken. Aber unsere Wandshots mal ein bisschen zurückhalten, Boys. Wir haben hier noch KP. Ja, ich komme hier mit dem Strähpfahn. Shit. Ja, ja, Strähpfwagen von hier oben hat Schuss. Arti hat. Nice, Arti. Was da oben steht, ein Strähpfwagen drin, oder was? Ich glaube schon, ja. Hab ich doch schon getrault. Seid nicht damit ab jetzt. Nein, das ist ein Strähpfwagen. Das ist ein Strähpfwagen, ziemlich safe. Milvom hat ja noch HP. Milvom hat ja noch HP. Mach einfach, mach einfach agressiv. Ja, der Ritter hat sich wenigstens angehört, auch vom Kaliber her. Könnte den Schuss nehmen. Da ist ein Schuss auf. Warte, warte, doch, warte, fliegt. Na, nee, ja, dann. Ah, zum, nimmst du den? Ja. Warte, ab. Er hat geschossen. Wo, wo steht der Strähpfwagen? Oh, ma3. Hinterm Stein. Also klar, dass du jetzt braunst. Das war einfach klar. Ey, ich hab mit Heat von oben auf die Oberwanne. Es war trotzdem klar. Ja, ich war so klar. Ausfertigen in den Arsch und schicken rum. Das geht, kannst du noch aufstellen. Ja, aber flip ihn, flip ihn, wir haben ja Glück gehabt. Flip ihn. Soll ich ihn flippen, soll ich ihn flippen? Ja, Mann. Flip ihn. Oh, schade. Nice, Leute. Nice. Bitte. Das ist eine Fortgeschrittene Provenz. Woop, woop. Die haben wir jetzt gewonnen, schon durch? Ja. Naja. Die haben, gibt ja keinen Besitzer. Was close. Also, jetzt gibt's Besitzer. Was für ein geiler FK, Mann. Jetzt ist die Frage, haben sie mit 260 angerechnet oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Wir haben ja kein similarities model. Das Team, wenn wir unser Team offen hatten. Ja. Ja. Das Teampara- 줄ина.